Ich habe durch Zufall den Namen Alexis gesehen. Ich heiße Alexis. Ich meine, es geht mich nichts an. Ich habe meine Gründe. Alexis? Alexis, ist das... Ja. Ich kann hier in Violetta nicht unter meinem Namen sein. Der Name Alexis steht oben auf der Steintafel, nicht wahr? Ja. Und ich werde einiges tun, um diesen Namen von der Tafel abzukratzen. Sie sind die Tochter von General Alexis? Ja. Er ist der meistgehasste Mann hier am Haus. Die Tafel ist die Touristenattraktion von Violetta. Der Text ist nicht sehr freundlich abgefasst. Danke. Ich kann ihn auswendig. Im Jahre der Barbarei 1944 wurde hier die Villa Persepola, eine der erhabensten Städten antiker Schönheit, von dem Hitler-General Alexis niedergebrannt. Hier war Unsterblichkeit. Sie ist gemordet. Sind Sie böse, wenn ich Ihnen sage, dass ich die Italiener verstehe? Nein. Glauben Sie, ich nicht? Warum sind Sie hergekommen? Ich wäre nicht nach Violetta gekommen, wenn es nicht einige Zweifel an dieser steinernen Wahrheit gäbe. Was für Zweifel? Mein Vater war zur Zeit des Brandes überhaupt nicht hier.